nur einen Meter hoch mein bester Freund die Kahn und auf der Ruhe Prozent ich hab die nicht gehört hallo und jetzt kommt zu meinem ersten Video auf meinem Kanal Spier die Spielmobil Spier Spielmobil ein Kanal von mir für meinen 77 ja wir spielen mal Totally Equipped Battle Simulator ich mach kurz mal Disco-Blautstöcke etwas runter weil die war grad extrem laut bei meiner vorherigen Aufnahme Aufnahme Kampagne wie man schon sieht ich habe etwas gespielt bis hier weil das Spielmobil gekauft und ich wollte einfach mal spielen aber das meiste habe ich dann in Kasten Content gesteckt da habe ich auch was gemacht Arm ergibt eigentlich keinen Sinn ich habe einfach nur versucht etwas Armer zu sehen aber die sehen immer noch richtig reich aus manche zumindest und ich habe mir irgendwas gedauert und das muss ich alles lösen ich habe das gelöscht aber die sind immer noch da das darf nicht wahr sein zumindest ich habe gedacht wir spielen mal die ersten zwei Level vor meinem Arm Play wir haben hier wir haben hier verschiedene Truppen das sind ja das müssten Schwertkinder sein ich tue einfach so drei Holzwerfer die sind extrem schnell verwandeln mich schnell in einem und haben total viele Leben einfach Perfektion von ja zwergen weil die sind auch mini das ging relativ schnell Tab Taste habe ich gerade schon ganz ganz lang gesucht und hier sind wir ganz viele Schwertkinder ganz gerade platziert von mir natürlich haben wir schon Zauberlinge ne haben wir nicht ich glaube jetzt erzählen wir mal ganz viele Schwertkinder damit ihr auch die mal seht weil ich möchte bitte mal ein Zauberling sein ne Zauberlinge sind die die sind extrem krass kommen aber erst in der nächsten Folge hier platziere ich den Zauberling der darf nicht wegrennen nein ach scheiße der ist weg hier bin ich der Zauberling ne ich bin irgendein Schwertkind und man müsste ach ich habe ein Ohrwurm von diesem Lied weil ich mir irgendwas auf YouTube angeguckt habe man darf jetzt keine Sachen mehr auf YouTube angucken ich glaube mit Schwertkindern ganz alleine klappt das halt gar nicht weil ich oh äh mit Schwertkindern ganz alleine klappt das natürlich und da liegt zu einem Holzwerfer das gibt eigentlich gar keinen Sinn da wirft da kein Holz ich hab glaube ich aber nur Bogen eingestellt und da einfach Holzsperr den Zahn habe gedacht ach vielleicht wirft ihr die Holzschwetter das ist auch mit dem zweiten hier können wir schon sehen die Steuerung ist wirklich ein Zauberling mit dem spielen wir dann nächstes Mal das ist relativ schwer das ist wirklich relativ schwer und vielleicht sehen wir auch danach direkt noch die Schuhe äh Schildriesen das wäre toll also für mich für euch weiß ich nicht so was ich schlicht in Sachen zumindest ich habe immer noch keine Zauberlinge aber dieses Level sehen wir auch erst in der nächsten Folge und damit Ciao Ciao Vielen Dank.